hallo und herzlich willkommen liebe gaming freunde hier ist wieder euer guti mit einem weiteren video zu cyberpunk 2077 und einer weiteren waffe die ihr im hintergrund im einsatz seht wir müssen sagen es gibt verflucht viele overpowered weapons in cyberpunk 2077 das ist auf alle fälle der fall und auch diese pistole gehört definitiv wieder mit dazu der schwierigkeitsgrad ist natürlich sehr schwer der hier eingestellt ist und ihr seht das wie wir hier durch die gegner durch morschen das ist wirklich massiv beeindruckend also bei den waffen kann man sich eigentlich nur noch entscheiden welches ist meine welchen möchte ich nutzen welche macht spaß welche macht mir spaß und ich sage mal lissys pistole die wir hier nutzen gehört auf alle fälle bei mir mit zu den favoriten diese enorme schussgeschwindigkeit ist wahnsinn es ist eine tech waffe die wir also auch noch aufladen können wurde noch mal richtig damage bei rauskommt und wenn wir auch noch ein paar skates und dazu ein verleiben aus dem tag tree dann wird die sache einfach nur noch spaßiger so muss man sagen und die waffe hat noch was anderes cooles nicht nur dass sie fantastisch ist nicht nur dass sie schnell schießt nicht nur dass es eine tech waffe ist sondern ihr könnt sie auch sehr sehr früh im spiel bereits erhalten ich werde euch gleich zeigen wo ihr die waffe bekommt und das kann gut möglich sein dass ihr keinen zugriff auf die waffe habt weil ihr durch diese tür nicht hindurch kommt da könnte eine geschlossene tür im weg sein und das ist für euch dann nur zu meistern wenn ihr weiter in der story fortschreitet das nur als hinweis für euch wenn ihr also in lissys bar hineingehen sollte und ihr kommt dort nicht weiter dann kann das sehr gut am story fortschritt liegen es ist sehr sehr früh schon möglich die waffe zu holen und ich weiß nicht ganz genau nach welcher mission es war wirklich sehr sehr früh wir werden ja in lissys bar auch unterwegs sein in der story und dann kurz danach sollte die möglichkeit für euch bestehen diese waffe hier mit nach hause zu nehmen und schaut euch das an was da raus kommt aus der wumme was da raus kommt aus der wumme ist wirklich massiv ein einzelschuss macht man eben vier löcher hier in stein und ich sag ja das ding macht damit einfach wirklich einen wahnsinn spaß auch wenn lila nicht ganz meine farbe ist aber lila verhütet also daher nehmen wir doch gerne mit so wir schauen auf die karte natürlich drauf wo bekommen wir das gute stück her aus watson und zwar haben wir hier eine bar da sehen wir schon das gläschen das ist nämlich dieses war und da haben wir die sata street das ist der schnell reisepunkt den ihr nützen müsst oder solltet um dann näher heranzukommen da haben wir dieses war werden viele von euch vielleicht noch kennen da gab es mal diesen duplizieren hack mit den baseball schlägern der war aber schnell dröge dann ihr seht hier meine aktuelle uhrzeit 21 36 bedeutet ihr müsst natürlich abends kommen wenn die bar offen hat so jetzt marschieren wir durch die bar durch und zwar in einen hinteren raum wollen wir rein also einmal quer durch die bar durch unter dem netten schild faktor des durch dann hier nicht auf die toiletten abbiegen sondern geradeaus weiter durch diese tür hier hindurch dann hier haben wir gleich die nächste jetzt kommen wir hier in den unteren bereich und wie gesagt wenn ihr dort nicht reinkommen solltet dann spielt noch ein bisschen die story weiter wenn hier eine tür für euch verschlossen sein sollte im weg ist dann macht ein zwei mission story und kehrt hierher zurück wie gesagt ich weiß nicht genau ab welcher ja ab welchem teil das hier überhaupt freigeschaltet ist und hier auf dem tisch liegt denn lesys tech pistole ihr seht das so schon momentan 557 damage was da drauf steht an zahl das ist schon mal wirklich massiv hoch ihr könnt sie leider nicht upgraden auf legendär auch das muss ich schon vorweg nehmen legendär ist nicht möglich bei lesys pistole da ist schluss bei episch aber auch episch reicht vollkommen aus um daraus eine absolute mörder wo man zu machen so muss man sagen wir gucken wir hier rein in die item herstellung und dann haben wir hier na da ist nicht die hat man gestern da ist lisi da ist lisi 416 dps momentan aktuell jetzt manchmal oder besser gesagt jetzt machen wir erstmal die epische variante hier jetzt hat sie ihre 416 dps und wenn man auf upgrades gucken ihr seht selber ich bin level 38 ich kann das ding leider noch nicht komplett upgraden was die dann mit level 50 haben wird die waffe aber sie ist so schon wie gesagt auf sehr schwer ein absoluter lebensretter und macht an gegnern einfach weg was sie weg machen soll okay mit einem upgrade komme ich auf 6 85,2 und das entscheidende gibt eine zusätzliche kugel pro schuss ab bei voller auf aufladung erhöht sich die zahl der kugeln die pro schuss abgegeben werden noch einmal das ist also die ikonische eigenschaft ikonische lisi pistole die damit wirklich massiven massiven bürst der mensch einfach raushaut und dann halt eine schuss geschwindigkeit von 17 schuss das ist jenseits von gut und böse sage ich mal wir hatten eben gerade die waffe von jackie die hat eine 2,2 schuss geschwindigkeit und hier haben wir wirklich 17,0 das ding ist 17,0 angriffe pro sekunde liegt daran weil sie halt mehrere kugeln gleichzeitig raushaut und wenn er hier in den techy tree noch ein paar punkte reinsetzt hier tesla zum beispiel erhöht den auflade multiplikator von tech waffen überladung natürlich sowieso mehr schaden mit tech waffen erhöhte kritische treffer chance mit tech waffen um zehn prozent die aufladezeit könnt ihr auch noch verringern bis das ding voll aufgeladen ist obwohl es geht sehr sehr schnell ob man den skill unbedingt nutzen muss dann wage ich jetzt mal zu bezweifeln und genau dann hauen wir halt wie gesagt hier diesen mega mega schaden raus hier noch mal für euch wirklich dass das ganze auf sehr schwer steht das war übrigens noch auf einfach von gestern wo ich die box kämpfe machen musste da hatte ich mich dann doch für einfach entschieden die box kämpfe das war mir nicht so angenehm auf sehr schwer aber hier kämpfen gerade mit listys pistole easy peasy wirklich easy peasy einmal anders kann man das wirklich nicht bezeichnen außer das ist wirklich ja eine fantastische waffe die ihr euch ja denke ich auf jeden fall holen solltet wie gesagt es gibt sehr sehr viele oberpowerte waffen in diesem spiel so dass man eigentlich bei keiner sagen kann ordnen diese nehmen diese es ist nicht so dass es hier in diesem spiel diese eine waffe gibt die ihr haben müsst sondern ihr habt eine große große auswahl an waffen die einfach extrem mächtig sind extrem stark sind dann hier zusätzlich auch noch der brandeffekt der auch wirklich extrem hoch tickt das ist wirklich mehr als gut das ist also daher eine ganz ganz tolle waffe man kann beinahe schon bei den waffen bei cyberpunkten nach dem aussehen gehen könnte beinahe schon nach dem aussehen der waffen gehen sich danach entscheiden welche man denn nimmt aber wie gesagt durch diese hohe schussfolge macht das ding wahnsinns schwarz ihr könnt ihr auch gerne mal mit auf den schießstand nehmen 100 von 100 zielen bei der schussgeschwindigkeit habt ihr es wahrscheinlich schon nach der hälfte der der pappkameraden dort so durchgehauen denn es kommen einfach so viele kugeln geflogen plus hohe schadenswerte pro kugel schaut euch das auch noch mal an das ist ja auch noch mal wirklich sehr sehr gut was da pro kugel aus einer pistole an schaden herauskommt also dieses bis hole kann ich nur empfehlen und wenn euch dieses video hier geholfen hat wenn es euch gefallen hat würde ich mich natürlich sehr darüber freuen mit einem daumen nach oben da das das wäre wirklich eine ganz tolle sache hilft immer so ein klein wenig dem youtube algorithmus und natürlich wenn ihr heute das erste mal dabei seid dann dürft ihr gerne auf den abo button klicken damit locker aktiv verpasst ihr hier weiter kein neues video keine neue lissi oder keine andere oberpowerte waffe die wir noch finden werden es wird natürlich noch einiges kommen an waffen und auch an rüstung was ich euch zeigen werde ich danke fürs dabei sein und sage bis zum nächsten mal so long goodbye keep gaming euer goodie